moin leute von heute was geht ab jetzt ist am start für euch bestimmt interessiert es euch wie es in sachen black ops 3 und esports aussieht ob wir wieder wie in black ops 2 zeiten einen ligamodus bekommen werden ob man wieder bestimmte ränge erreichen kann beziehungsweise kann man sich wieder platzieren um silber gold oder master zu werden das ist eine gute frage und das diskutieren wir heute mal ein bisschen und ich werde euch heute auch noch ein live event präsentieren also das werdet ihr später in der video beschreibung finden wie sehen die regeln überhaupt aus was ist erlaubt welche waffen darf man spielen welche karten werden die ligakarten sein und vieles mehr all das werdet ihr auch am 5 august live auf deutsch erfahren können denn die gamescom hat ein spezielles event geplant mit verschiedenen pro spielern die ich euch links mal kurz rein stellen werde diese pro spieler werden dann im 4 gegen 4 gegeneinander antreten um euch dann schon einige sachen live zeigen zu können also wie es im e-sports bereich so ablaufen wird in black ops 3 also jungs und mädels falls euch nicht nur der public modus sondern auch der e-sports bereich interessiert schaut euch das live event unbedingt an alle infos dazu findet ihr in der video beschreibung twitch kanal wo es dann live aus köln zu sehen ist werde ich euch auch mit in die video beschreibung reinsetzen also vergesst es nicht zu teilen und wenn es nur auf facebook ist oder so dann eure kollegen wollen die spektakel bestimmt genauso wenig verpassen wie ihr es wollt man hat ja schon gesehen bei diesen celius event also wo die ganzen youtuber gegeneinander angetreten sind in competitive modus ja nicht ganz competitive modus aber ihr habt ihr gesehen wie viel spaß dieses event gemacht hat und wenn dann noch ein live event kommt also jetzt am 5 august wo dann die ganzen pro spieler gegeneinander antreten werden und so weiter das kann eigentlich nur noch spaß machen dazu zu sehen also ich werde es mir auf jeden fall reinziehen falls ihr das auch vor habt teilt ist und lasst eure kollegen daran teilhaben indem ihr das irgendwie auf facebook oder twitter oder sonst wo irgendwo teilt also wird auf jeden fall ein richtig cooles event werden und ich denke mal für die leute die es dann nicht zur gamescom schaffen werden für die wird es dann noch interessanter werden denn ich glaube nicht nur dass dieses event da läuft also ich kann mir auch richtig gut vorstellen dass da richtig multiplayer action zu sehen ist also bestimmt wieder ein paar richtig coole gameplays und so weiter aber wie gesagt alles in der video beschreibung und vielleicht mache ich sogar in black ops 3 auch wieder so ein road to master würde auf jeden fall richtig gut kommen denke ich dass ihr auch so ein bisschen die spawns kennen lernt und auch wann man rotieren muss und wie man richtig gute plätze findet in suchen zerstören aber das kommt sowieso alles in der cod schule also denkt auf jeden fall dran abonnieren statt kassieren meine freunde ihr wisst bescheid und wenn ich schon mal dabei bin denke ich mal kann ich dieses cod c los event heute abend also die zeit finale schon mal ankündigen das nämlich heute abend am 31 7 also 31 juli um 20 uhr link werde ich dazu auch noch mal mit in die video beschreibung setzen da wird nämlich team scorpion gegen team red antreten team barca gegen team buddies also drückt auf jeden fall die das team buddies die daumen da wird wie heißen die noch mal alle die buddies natürlich antreten fun2games und zwei andere sind noch dabei ne ein anderer ist noch dabei team buddies besteht ja aus zwei also gibt euch dieses event schon mal heute abend das wird auf jeden fall richtig lustig werden und das ist das halbfinale es wird super spannend werden auch team scorpion gegen team red wird hammer geil werden packe ich natürlich alle links dazu mit in die video beschreibung ist ein live stream also live youtube stream der ist richtig cool also müsst ihr direkt um 20 uhr einschalten wie heißt nochmal commander krieger hat ja gesagt man soll ein bisschen werbung auch dafür machen damit das öfter stattfindet und ich würde mich natürlich aufräumen wenn ich vielleicht beim nächsten cod c los dabei bin als pc spieler muss ich mir dann irgendwie eine playstation 3 besorgen oder so falls dieses event noch mal stattfindet werde ich mir natürlich dann auch mein team zusammenstellen und versuchen da irgendwie anzutreten und die ehre der pc spieler auch so ein bisschen zu verteidigen also leute ich checkt alle links in der video beschreibung aus wir sehen uns das nächste mal wenn es wieder heißt yes ist am start für euch lasst ein like für mehr da haut rein bis bald